Im Hamburger Stadtgebiet bewirbt derzeit der Multichannel-Buchhändler Weltbild seinen neuen mobilen Webshop mit 140 Großflächenplakaten. Das Besondere an dieser Aktion? Unter dem Motto Wartezeit ist Lesezeit oder Buchhandlung to go zeigen die Plakate ein Buchregal mit zehn ausgewählten Bestsellern, die prominent mit QR-Codes versehen sind. Diese können einfach mit dem Handy gescannt werden und führen direkt zu extra langen Leseproben auf der mobilen Weltbild-Seite. Bei Gefallen können die Bücher dann mit wenigen Klicks mobil über das Smartphone bestellt werden. Die Lieferung erfolgt, wie alle Buchbestellungen auf weltbild.de, portofrei. Die aktuelle Werbekampagne soll vordergründig Pendlerinnen und Pendler in Wartesituationen auf ihrem Weg von oder zur Arbeit ansprechen. Mit Buchhandlung to go treibt der Augsburger Buchhändler somit sein Multi-Channel-Konzept voran. GfK-Angaben zufolge ist Weltbild bereits der drittgrößte Onlineshop in Deutschland. Schon heute kommt jeder zehnte Kunde mit Smartphone oder mobilem Computer zu Weltbild.